Und wir sind wieder da, bei Black and White! Gia! Hat sie Schaden gekriegt? Naja, aber sie ist müde, ne? Komm, geh mal. Geh mal hier hin. Was ist denn, wenn ich die jetzt heile? Nützt denen das was? Ja, cool. Ach, und die anderen brauchen jetzt Essen. Oh ja. Aber das sind ja nicht so viele. Das ist bei denen, okay. So, hier. Ja, aber die Essen ist bestimmt trotzdem ganz schnell weg. Und der hat mein Essen abgebrannt von der Kreatur und mein Tempel angegriffen. Wo ist die Kuh? Ach, da läuft sie schon. Hat sie ausgeschlafen? Ja. Okay. Holzbedarf. Achso, das ist... Oh. Haben wir keine Leute, die sowas bauen? Müssen wir doch einen Baumeister einstellen. Bekehrter Baumeister. Ja. Bekehrter Baumeister. Hier wird's auch gebaut. Ach, das ist auch kaputt gegangen. Meine Herren. Oder wie hatte ich das neu gebaut? Ich weiß es nicht. Gesundheit. Yeah. Oh, das hat sich gelohnt. Und ein S. Füllhorn. Und da freuen sie sich. Da trinkt er, jawohl. Gestern hat er auch schon. Oh ja. So, dann kommen wir... Kommen wir nach hier. Ja, ja. So. Was gibt's hier für eine Information? Achso. Okay. Aber den hab ich nicht verlassen, ne? Ich bin immer noch voll dabei hier. Feuerball und Teleport, ne? Die hat das schon beeindruckt. Oh, was gibt's denn hier? Wir müssen nur seinen Tempel zerstören, um den Letis Glauben aus dieser Welt zu verbannen. Na, so einfach ist er nicht, ne? Der ist ja ganz schön weit weg. Oder so. Lass uns in die Herzen dieser Menschen einkehren. Da ist noch ein Dorf. Okay. Sorge dafür, dass die Dorfbewohner an uns glauben. Ja, das ist ja aber nicht so leicht, ne? So, was hab ich hier? Hab ich hier auch schon was gesehen? Eine Schriftrolle? Was hat auch hier geleuchtet? Da. Na, kann ich? Nee, nee. Das ist mal später. So, mein Einflussbereich ist aber schon ziemlich groß, ne? Und da kommt die Kuh. Ich mach mal gleich ein Heilwunder. Zack. 70 Prozent. Ja. Und macht sie jetzt irgendwas Freundliches? Aber keiner will mit ihr tanzen? Möchte freundlich und hilfsbereit sein. Das gefällt mir. Ja, man ist ja immer freundlich und hilfsbereit. Okay, 100 Prozent für freundlich und hilfsbereit. Ah, die sind nicht so schnell. Nee. Gesundheit. Und los. 73 Prozent schon. Aber ich dachte immer, das wäre die Tanzgeste, wenn sie zeigt. Aber keiner macht mit. Nee, keiner macht mit. So, wie sieht's aus? Da wohnen Leute. Hier brauchen wir noch mehr Zeug. Okay. So, da haben wir Holz. Weil der alleine ist, schafft das nicht. Strukturelementar. Doch. Das Wunder ging daneben. Ja, schade. So. Ist nur eins. Ja, schade. Möchte ich mal noch einen Baum nehmen von irgendwo? Oh, der Wald ist nicht mehr da. Okay. Okay. Nee, die sehen so aus, ne? Okay, die da anschaut doch nicht. So. Die sind jetzt mal Bauer. Oh, der Baumeister. Bekehrter Baumeister. Das bauen wir fertig. So. Ah, das ist gut. Das ist natürlich nicht so nett. Muss mal. Ja, komm mal hier. Ich weiß gar nicht, was man mit der Leine jetzt tun kann. Ob sie denn, ob sie mehr so freundliche Sachen macht. Eigentlich nicht, ne? So. So. Ist sie da angebunden? Ah ja, jetzt haben wir uns doch geklappt. So, jetzt ist die Freundin, die Lernleine da. Was macht sie denn? Geht's jetzt zum Lagerhaus und macht coole Wunder, die allen helfen. Ja. Oh, krass. Ja, Freund, ich ne? Ist bereit, gefällt mir auch. So, aber so wie die jetzt gerade aussieht, muss ich schon wieder zurücknehmen. Ihren schmächtigen Armen, ey. So, dann komm mal. Geh mal hier. Und was machen wir? Ach so. Gesundheit. So, jetzt sind sie geheilt. Wunderbar. Essen ist auch genug. Ja, hier. Da sind genug Fische. Vielleicht merkt sie das ja auch, dass sie ihr eigenes Zeug essen kann, was da im Tempel ist. Da. So, da hatten wir natürlich nicht genug. Ja. Da fängt die Produktion an. So, die bauen hier. Ja, die bauen noch. Tausend haben wir da. Fischer. Was ist das denn? Ist der alt? Oder warum läuft der so komisch? Oder hat der so viel wahr? Noch mehr Hütten? Wir müssen Hütten bauen. Okay. Ach. Die sind kaputt gegangen? Wir müssen Hütten bauen. Na, das fass' ich ja jetzt nicht. Kein Wunder, dass wir keiner hatten. Ne blöde Wolf hier ankommt und alles kaputt macht. Ist ich schon ausgeschlafen? Das ging ja schnell. Sie hat doch keinen Hunger mehr. Okay. Okay. Aber die haben Hunger. Füllhorn. Kreatur kann nun Nahrung erschaffen, ja. Füllhorn. Kommen, dann machen wir gleich noch ein Heilwunder. 82 Prozent. Keine Kürze, ein Heilwunder wirken. So. Das komische ist, die hat jetzt noch nicht einmal irgendwas Beeindruckendes gemacht, ne? Ja, komm mal her hier. Und zeig denen mal, wie's geht. So. Hm. Ah, das braucht aber noch eine Weile, bis er mich in der Tasche stecken kann. Wie geht das so? Strukturelementar. Das war's mal nah. Ja, jetzt haben wir vielleicht genug. Kann man's gleich nochmal machen. Wir müssen Hütten bauen. Oder? Kommt's jetzt, ja. Strukturelementar. Und dann leg mal los. Ja, ja. Gibt's nix, wo ist die Kuh? Ist die schon da? Hä? Wer soll denn bitte hierher kommen? Das sagt gar keiner. Ja, komm mal her, ey. Ich komm doch hier. Geh doch hier hin. Na, jetzt läuft sie da. So, und jetzt hier. Ja, da läuft sie hin. Hier haben wir doch ordentlich Nahrung drinne jetzt. Warum? Warum machen die denn so? So, sind sie jetzt gleich beeindruckt, weil sie meine Kreatur sehen und die voll schrecklich finden. Die Kuh. So, aber da flippten sie aus. So, was denkt sie denn? Ja. Kommt mal her. Sie hat gesagt, kommt mal her. So. Mach mal irgendwas Kreaturenmäßiges. Nee, nicht schlafen. Sie fürchten diese Kreatur, aber sie hat denen doch noch gar nichts getan. Was hat sie da in der Hand? Weiß man nicht. 91 Prozent. So, kann sie das schon machen? Nee. Hat sie jetzt ein bisschen Korn in der Hand. Sie hat Hunger? Ja, Tatsache. 20 Prozent. Aber dann gehen wir direkt an den Fisch. 1400. Was hat sie denn gegessen, ey? So. Ist sie es jetzt? Ja. So, jetzt kann sie ja was machen, ne? Gesundheit. Ja, jetzt hat sie es gelernt. Das ist schon mal gut. Ja. Ne, also die Zahlen tasten wir uns auch nicht. Der klaut von hier einfach Bäume. 300 brauchen wir noch. Brauchen wir irgendwie... Holz oder... Ach, Nahrung brauchen sie, ne? Was ist denn, wenn ich die hier am Lagerhaus festbinde? Macht sie denn Lagerhaussachen? Soll ich mal ein Nahrungswunder machen und ihr zeigen, dass das da reingeht? Ja, guck mal hier. Da hat sie es gesehen. Aber sie konnte auch schon vorher Nahrung erschaffen. Einfach so. Okay. Aber die haben auch gar kein Holz, ne? Die haben überhaupt kein Holz. Ja, guck mal hin. Ja, ja, sie sind sehr beeindruckt. Sie hat den Gegenstand verloren. Was macht sie jetzt? Oh, cool. Da wächst ein neuer Baum. So, was macht sie jetzt? Kann sie die irgendwie beeindrucken mit irgendwas Coolen? Eine Werkstattgerüste bauen? Achso, du kannst in einer Werkstattgerüste bauen, um diese als Baupläne für andere Werkstätten zu verwenden. Okay. Achso, weil die keine Werkstatt haben. Wo geht sie denn hin? Hat sie Hunger? Hat sie Durst? Also sie ist müde. Das ist natürlich uncool. Klicke ich mal hier drauf. Mal gucken, was passiert. Ich hier was machen kann. Da kommt der an. Ich glaube, der Architekt war ein Vollidiot, wenn er das direkt ans Wasser baut. Meine Herren. Ja, ja. So. Wie viel Ringer sind das? Ah, das geht nicht. Gut. Denn... Kann ich denn... Alle auf einmal nehmen? Nee, das geht auch nicht. Muss dein Reich vergrößern. So, aber den kleinen könnte ich jetzt hier wieder zurücknehmen, das ist erlaubt. So. Och, meine Streichholzgaleone. Okay. Dann mache ich jetzt so. Dann kommt der ja noch hier hin. Der ja wieder hier. Der kleinere da drauf. Ah ja, das geht schon. Ah, das geht tatsächlich. So. Tatsächlich geschafft. Yeah. Ich danke dir, Allmächtiger. Nie wieder nasse Füße. Yeah. Als Dank für deine Hilfe beschwöre ich die positiven Kräfte des Tempels. Okay. Jedes Lebewesen, das sich dem Tempel nähert, wird geheilt werden. Okay. Jedes Lebewesen. Bringt mir das irgendwas? Ich weiß es nicht. Cool wäre es ja, wenn die Kreatur das davon lernen könnte, ne? Aber so, naja. Ja, was gibt es hier noch alles? Oh, der hat, was hat denn der? Oh, der hat eine Schildkröte. Der hat die auch am Lagerhaus angebunden. Okay. Das ist sein Dorf. Wo sind die Kreaturen? Oh, sie schläft. Auf dem Boden. Er ist ja nicht sehr effektiv, naja. So, dass ich noch ein Nahrungswunder mache. Aber jetzt rasten sie völlig aus. Wo geht denn der jetzt schon wieder hin? Hat der da eine Kuh? Mach doch mal was Beeindruckendes. Wie viel fehlt denn noch? 134. So, da kommt sie schon an. Jetzt steht sie da nur rum. Da will sie nicht tanzen, da macht sie gar nichts. Gesundheit. So, hier Gesundheit. Christlich. Ja. Wir haben es geschafft. Du schlägst sich tapfer. Wir geben denen noch 25. Dann können wir ganz viel Heilwunder machen. Ach, das wäre ja sinnvoll, wenn die Kreatur... Was, wo sind die Bäume hin, die hier waren? Wenn die das Feierwunder lernt, ne? Das wäre praktisch. Bauen die jetzt einen zweiten hier hin? Ist doch... Ne, machen sie gar nicht. Ach nee, die rennen jetzt einfach hier hin, weil die... Weil die ja dienen sollen. Oh nein. Da schmittert es gerade. Kann ich nicht mal den das wegnehmen? Die haben hier so viel. Geht auf den Feldern arbeiten. So, 3000. Das reicht vielleicht für eine Weile. Holzwunder hier rein, oder? Moment mal. Klaut mir einer die Gerüste? Was ist denn da los? Ne, ich hab ein Haus gebaut dafür, ne? Weil wir mal Häuser brauchten. Die sitzen hier rum, ja. Das ist... So macht man das nicht. Hm. So. Was macht die Kreatur? Sie ist hungrig und müde. Jetzt isst sie eine ganze Kuh. So. Aber wir brauchen... Wir müssen die noch mehr beeindrucken, ne? Irgendwie. Jetzt schläft sie schon wieder. Wir brauchen nachkommen. Wir brauchen nachkommen. Naja. Aber die brauchen nachkommen. Ja, aber die brauchen auch mehr Häuser, ne? Die brauchen alles Mögliche. Nachkommen. Bekehrter Züchter. Okay. Bekehrter Züchter. Ja, oder muss ich ihr doch die freundliche Linie, die freundliche Leine geben? Dass sie da freundliche Sachen macht? Macht doch mal irgendein Wunder hier. Kann ja nicht sein. Kreatur muss mal. Okay. Nehmen sie jetzt einfach mal hier hin mit. Und dann lernen wir jetzt ein Feierwunder. Ja. Das ist die Lernleine. Auch irgendeiner Holz. Druck nur Elementar. Ja. Wir müssen Hütten bauen. So. Da wird auch nichts geklaut. Die brauchen schon wieder mehr Hütten. Das kann ja wohl nicht sein. Warum denn? So. Wo ist die Kreatur? Ach, da kommt sie schon. Ach, die tanzen halt hier alle um den Stein. Okay. Gucken. Wo wir das Feuerwunder geht. So. Guck, guck, guck. Guck doch hier. 13%. Und nochmal. Oh, oh. Nein, jetzt habe ich die Bäume angebrannt. Das wollte ich nicht. Sie geht jetzt von alleine hin und löscht die. Das wäre ja auch cool. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Black & White. Ich bin jetzt in der nächsten Mal. Freie schauen. Und das ist nicht einfach low, gdy an spannend da dranhauen. Und dann wäre das schön. d Ivy an Kreatur. Also wenn es das dann kommt. Und dann würde ich mich darauf Eat'nütüt pres Pearl.